Musik Heute laufen wir einmal um den See, den sogenannten Seeweg. Der Seerundweg hat eine Gesamtlänge von circa 20 Kilometer. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne begleiten. Der Seerundweg hat eine Gesamtlänge von den Seeweg. Der Seerundweg hat eine Gesamtlänge von den Seeweg. Einigen der Seerundweg hat eine Gesamtlänge von den Seeweg. Fisch, Kiosk, Inbis, Getränke 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Oh, das sieht aus. Also im Schattenschalt sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall. 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 Ja, ok. Ja, auf jeden Fall. Ja, das läuft passt. Ja. Die Oaks sind... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.